Wir sind jetzt auf einem Spaziergang draußen unterwegs. Wir haben Sonnenschein und warm und eigentlich braucht man manchmal eine Jacke, die wir ja gerade noch tragen, aber hey, okay. Und ich mag es gerade sehr. Es ist schade zu wissen, dass dieses Wetter hier nicht typisch ist. Ich meine, ich mag ja das Regenwetter, aber irgendwie wünscht man sich dann doch ein paar Tage, an denen es eben einigermaßen schön ist. Und ja, ich freue mich einfach darüber, dass wir jetzt Sonne haben. Morgen soll der Tag ähnlich werden. Das heißt, Sonne en masse. Und wir wollen jetzt mal versuchen, hier ein bisschen rumzulaufen. Vielleicht auch mal ins Wasser runtergehen. Und ich finde es auf jeden Fall super schön hier. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu stark, sodass man mich gut verstehen kann. Oh, da ist ein Minipferd. Sind wir noch von hier? Hallo Minipferd. Da ist das Minipferd. Guck mal, es schaut uns schon an. Hallo Pferd. Wir gucken jetzt nach einem Weg, wie wir hier runterkommen zum Wasser. Because wir waren gestern schon mal hier, vorgestern schon mal hier. Und sind hier irgendwo runter, aber da war dann leider zu viel Matsch. Und dann sind wir umgedreht, weil wir da nicht mehr weiter konnten in dem Regen. Weil hier rechts haben wir halt eben das Meer, also den Ausläufer vom Meer, wenn man so will. Das ist ja quasi, also das Loch Melford mündet direkt ins Meer. Also es ist ein See, der direkt ins Meer mündet. Versteht man, was ich meine? Und ich habe übrigens ein Gerstenkorn oder sowas, habe ich. Deswegen muss ich meine Brille tragen, was bei dem sonnigen Wetter okay ist. Aber sobald es wieder anfängt zu regnen, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, meine Brille zu tragen. Weil genau deswegen sind Kontakten ja so praktisch, dass man sehen kann, auch wenn es regnet. Man riecht richtig Stalzwasser. Geht das hier oder sinkt man da ein? Juhu! Geht das hier. Musik So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg und ja, es ist sehr schön hier am Wasser, weil es einfach eine wundervolle Stimmung ist mit dem Geruch und den Geräuschen vom Wasser und es ist einfach nur richtig schön entspannt und so Freiheit, ne? Es ist einfach alles, alles andere ist unwichtig außer dem Moment und das finde ich wunderschön hier, ja. Na, how you doing? Guten Tag. Guten Tag. Na, gut. Ist ja niemal?